Du kriegst ja hier noch nicht mal, oder gerade so, 2000er DSL und deswegen haben wir uns dann doch für LTE entschieden und haben es bei Vodafone genommen, weil da das Netz besser ausgebaut ist. Nur, dass das Netz so überlastet ist, weil auf einem Mast zu viele Leute kommen, dass wir teilweise doch Ausfall haben. Ist ein Mädchen jetzt. Kann nichts mehr passieren. Sollte Stadion nicht. Sollte Stadion nicht. Sollte Stadion nicht. Vielen Dank.